So, moin Leute, hier sind wir jetzt mal auf meinem Desktop und ich wurde gefragt, ob ich mal zeigen kann, wie ich das umstellen konnte bei Let's Play Together Belfi Play for Free Nummer 2 und das zeige ich euch jetzt mal. Also ihr müsst zuerst hier auf Computer, Okada Tatentrader, Programme in Klammern x86, dann habt ihr hier irgendwo EA Games, ich habe hier auch noch Let's Play Heroes und geht hier auf Let's Play for Free, Mods, Main, Locations und Strings. Dann habt ihr hier dieses ganz fette Ding und irgendwo da müsste das hier sein. Da könnt ihr zum Beispiel hier wie die Dings heißen, wie die Level heißen, also was ich komisch finde, hier gibt es auch zum Beispiel schon Level 50, aber lassen wir das erstmal beiseite. Also sind wir erstmal, können wir hier mal gucken. Hier gibt es, ähm, hier gibt es, ähm, achso hier, ähm, kann man dann verändern. Also hier sind dann die ganzen, also hier auf der Seite, hier sind dann die ganzen, hier sind dann immer die, ähm, sag schon, ähm, die Ausführungen. Hier kann man dann zum Beispiel schreiben, äh, 0xd oder sowas. Dann, aber ich habe jetzt, ähm, ja, Tets, äh, Ficker. Ähm, und dann kann man hier noch, äh, kann man hier noch, äh, Teamkamera angehalten. Und das lasse ich jetzt mal, äh, Close-Quarter-Skill nenne ich jetzt mal. Äh, ich, ich sag's jetzt nicht laut, äh, ihr könnt das ja lesen. Ähm, ähm, dann kann man hier noch, äh, zum Beispiel Multi-Kill kann dann heißen, oder, äh, Range-Kill langer. Ähm, okay, ich lass das dann jetzt mal, ähm, wenn er gern ist, heißt... ...Zuge... 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 Und dann, ja, kann man dann hier immer zum Beispiel Sachen machen. Und ich würde sagen, dann war es das hier auch schon mal.